Also im Endeffekt geht es darum, dass jeder von uns, also die meisten in meinem Alter, Mitte 20, haben früher Pokémon gespielt. Es war damals einfach ein Kindheitstraum Pokémon im wirklichen Leben auch fangen zu können. Jetzt ist es halt durch diese AR möglich, jetzt Pokémon wirklich zu fangen, beziehungsweise zu sehen, rauszugehen und wirklich was auch zu machen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Spielen, wo man dann nur zu Hause hockt und ja. Warte, was ist denn mein, was ist das denn hier? Also da lang müsste es sein. Ja, aber immer noch 3 Stunden. Ja. Ja, einfach so. Ich weiß, ob du nach vorne oder da hinguckst. Das ist einfach so. Ja, 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 einfach so. Ich weiß, ob du Leute auch när mal seht. Vielen Dank.